Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video und es geht noch einmal um die Sonnenfinsternis. Ich habe ja letzte Woche schon ein Video darüber gemacht, aber heute ist mir eigentlich etwas aufgefallen, was ja total offensichtlich ist und keine Angst, auch wenn ich jetzt kurz über mich rede, es betrifft dich garantiert auch. Diese Sonnenfinsternis am 25. Oktober findet eigentlich in Konjunktion mit meiner Geburtssonne statt. Warum, das sage ich dir ganz einfach, ich habe am 24. Oktober Geburtstag, wir können da jetzt kurz mal reinschauen, und am 25. Oktober findet die Sonnenfinsternis, also eigentlich in Konjunktion mit meiner Sonne statt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache da mal ein Video darüber, was bedeutet denn das, wenn du so ein astrologisches, astronomisches Ereignis direkt auf deiner Geburtssonne hast. Zuerst einmal, wann hast du denn eine Sonne-Sonne-Konjunktion in deinem Horoskop? Ganz einfach, an deinem Geburtstag. Da steht die Sonne genau nach einem Jahr wieder da, wo deine Geburtssonne steht. Also in deinem, unter Anführungszeichen, Sternzeichen. Und wenn Sonne auf Sonne kommt, um was geht es da? Da geht es um Lebensenergie, da geht es um Lebenslust, da geht es um Lebensfreude. Denn Geburtstag feiern ist eigentlich ein sehr gutes Bild dafür. Dass man sagt, okay, da steht man einen Tag im Rampenlicht, das ist dein Tag, und dein Jubeltag, dein Feiertag, und das ist so der Geburtstag. Also da passt das ja von der Energie, wenn du so eine Sonne-Konjunktion hast. Da kommt es natürlich darauf an, wo deine Sonne steht, wie du das vielleicht wahrnehmen kannst und wie du auch Geburtstag feiern kannst oder wie du dich wohlfühlst. Da gehe ich dann gleich darauf ein. Ich möchte jetzt kurz ein paar Worte sagen zu diesem, zu diesem, zu dieser Sonnenfinsternis, was ja doch irgendwie ganz witzig ist, wenn das auf dein Geburtshoroskop kommt, so wie bei mir, vielleicht bist du ja auch ein Anfangsskorpion, so vom 24. bis, ich sage jetzt mal, ja, nehmen wir den 30. dazu, so vom Orbis her Pi mal Daumen, und das ist ein Oktoberskorpion. Vielleicht bist du ein Oktoberskorpion, so wie ich, und dann betrifft dich das natürlich auch. Für mich persönlich, wo trifft mich denn diese Sonnenfinsternis? Wenn wir uns diesen Radix anschauen, dann siehst du, dass meine Sonne im zehnten Haus steht. Also mein zehntes Haus ist ja, um was geht es da? Da geht es um Öffentlichkeit, da geht es um die Bestimmung, auch teilweise um den Beruf. Und also mich trifft diese Sonnenfinsternis wirklich in meinem, quasi in meiner Bestimmung, in meinem Job, in meinem Berufshaus. Und wenn du dir das nochmal anschaust, wie geballt ich eigentlich in diesem Zehnerhaus aufgestellt bin. Also ich habe da ja neben der Sonne auch noch den Uranus, ich habe die Venus, ich habe den Mars, ich habe den Merkur. Also die persönlichen Planeten, die meisten persönlichen Planeten spielen sich bei mir alle so im Zehnerhaus ab. Also das ist eben dieses nach außen gehen, ja etwas, ja was rausbringen eigentlich auch, oder etwas dann auch dieses, also wofür bin ich bestimmt, dass ich halt da ganz viel Energien reinlege. Und da geht es jetzt einfach darum, warum bei mir beruflich, natürlich über die Energetik, über die Waage, das Ausgleichen, aber auch gleichzeitig mit der Skorpionsonne, auch das Transformieren, das Wandeln von Energien. Das ist ja das, was ich mache. Das versuche ich ja astrologisch, ich forsche etwas nach, ich gehe in die Tiefe und ich versuche natürlich auch einen Ausgleich bei dir, bei den Klienten zu schaffen, wenn ich so etwas mache. Also auch wenn ich so Videos jetzt mache, wenn ich etwas sage, dann hat das immer so ein bisschen mit Mystik, mit Forschen, mit dem Ausgleichen von Energie zu tun. Und das ist ja bei mir so, ja eigentlich mir so dargestellt in die Wiege gelegt. Und mit der Waage hat das dann noch so ein bisschen so einen künstlerischen Touch, das ist halt dann, wenn ich was schreibe oder fürs Theater mache oder eben fotografiere, das sind eben so diese Geschichten, die ich so ausübe, so Tätigkeiten. Und ja, was bedeutet das jetzt also mit der Sonnenfinsternis? Grundsätzlich ist jetzt Sonne auf Sonne keine Riesen, also bei den Transiten zählt man eher diese Schicksalsplaneten Pluto, Saturn, Uranus, Neptun, du kennst sie. Jetzt ist jetzt da Sonne jetzt nicht das Riesendrama, aber durch das, dass eine Sonnenfinsternis stattfindet, und ich habe es im Video schon gesagt, es geht darum, Dinge zu transformieren, Dinge loszulassen, so gewisse Stirb- und Werdeprozesse, über das sich das im Skorpion abspielt, geht es da ganz stark um neue Impulse, altes sterben zu lassen, neu zu beginnen. Und das habe ich alles im Berufshaus stehen. Das ist ein Teil, was du jetzt auch merkst, warum mehr Videos auf diesem Kanal kommen, warum ich da neue Formate auch ausprobiere. Also das kriegst du in der Community natürlich auch mit, weil es mir auch wichtig ist, da noch mehr einfach versuchen, Informationen zu dir zu bringen, versuchen, dich auch auf diesem Weg zu unterstützen, also da auch eine größere Reichweite zu haben. Ich merke das auch eben, der Kanal wächst ja nochmal, danke an dieser Stelle. Es ist unglaublich, also über 2000 Abonnenten und es geht stetig bergauf. Also ich bin unglaublich dankbar, dass das so viele da sind, die da dazuhören und sich die Videos anschauen. Naja, und dieser Wandel betrifft halt dann auch noch mit gewissen Aspekten, die ich drinnen habe, eben mit Pluto, Quadrat Mars, Pluto, Quadrat Venus, Pluto, Quadrat Uranus. Ja, also soweit zum Thema Pluto. Da geht es einfach ganz stark bei mir um Transformation, um Stirb und Werde, um die Werte auch noch einmal wandeln, was ist mir wichtig und einfach das gehen zu lassen, was nicht zu einem selber passt. Und das ist gerade so die Energie, die bei mir läuft. Also und die habe ich noch einmal ganz deutlich jetzt auch mit dieser Sonnenfinsternis quasi in diesen Tagen dann noch einmal auch als himmlisches Schauspiel präsentiert, dass man sagt, okay, dieses Licht gehört gewandelt, da gehört einfach was Neues hin nach dieser Finsternis. Und das ist das, was ich auch innerlich spüre. Das ist auch das, was läuft. Es kommen neue Gedanken rein, es kommen dann neue Anschauungen rein. Und das ist also so für mich diese Energie oder auch für die Skorpione so ein bisschen so diese Energie des Wandelns. Skorpion hat ja das Prinzip immer Stirb und Werde, Transformation reinzubringen. Was ich dir sagen kann, ich gehe jetzt noch einmal auf den Geburtstag zurück, weil Geburtstage sind doch cool, die sollte man immer feiern. Dann kann ich etwas über auch deinen archetypisch deinen Sternzeichen sagen, wie denn das am besten gefeiert wird. Und da hat ja jeder so seine eigenen Vorstellungen. Ich rede jetzt nur vom Archetypus, nicht in welchem Haus dieser Archetypus ist. Also das ist bitte ganz wichtig, weil das Haus das noch einmal natürlich stark beeinflusst. Bei mir geht die ganze Energie, du siehst es so ins Zähnehaus, also raus. Das geht nach außen hin, das sind Feiern, das ist auch mit anderen sein. Also das ist eine sehr exponierte Energie, wo es aber eigentlich mir mehr um die anderen geht, als um mich. Also ich feiere Geburtstag, aber eher dann als Event für andere. So habe ich das bis jetzt immer gemacht. Hat natürlich die Pandemie immer so ein bisschen einen gewissen Dämpfer aufgesetzt auf das Ganze, aber meistens habe ich Feste für andere auch gemacht und mir hat das auch so gefallen. An sich Skorpion geht es natürlich schon immer wieder um dieses Ich werde wieder älter, wie wandeln sich meine Gedanken? Also das sind natürlich so Skorpion-Themen, die wir da haben. Und wenn wir weitergehen im Tierkreis, was kommt alles nach dem Skorpion? Ich gehe jetzt vom Skorpion aus weg. Auf den Skorpion folgt dann der Schütze. Und der Schütze, die schützen Sonnen. Wie fühlen sich denn die? Wo fühlen sich die denn lebendig, wenn da Schützesonne aktiviert mit Lebensfreude? Ganz klar mit Reisen. Also der Schütze würde sich wahrscheinlich sehr lebendig fühlen, wenn sich der zum Geburtstag, also die Schützesonne, eine Reise gönnt oder einen Reisegutschein gönnt. Irgendwo ein bisschen wegfährt und den Geburtstag nicht daheim verbringt. Also das wäre so ein klassisches Bild für den Schützen. Der Steinbock, ja wie wird der, wie wird die Steinbock-Sonne feiern? Also ich denke, ein Steinbock wäre auch gut zu sagen, ja ich gehe mal auf einen Berg rauf, ich stecke mir irgendwelche Ziele und ich feiere aber auch mit, dass ich in meinem Lebensjahr gewisse Ziele erreicht habe und da dran geblieben bin. Und das ist jetzt nicht das ausgelastene Feiern eines Steinbocks, der trinkt vielleicht auch was mit Arbeitskollegen oder vielleicht Kollegen auch ein bisschen aus dem Fitnesscenter raus, aber der ist jetzt auch nicht so der riesen Partylöwe, sage ich jetzt mal, wie buchstäblich der Löwe dann, das werden wir nachher machen sehen, dann buchstäblich der Löwe dann der Partylöwe ist. Dann kommt der Wassermann. Ja und was will der Wassermann? Wir sind ja gerade in der Wassermann-Zeit. Wassermänner können so diese Lebensenergie, diese Feierenergie, diese Geburtstagsenergie am besten aktivieren, indem sie sich eine Vision wieder herholen. Der Wassermann will eine Vision haben, der will was Zukunftsbringendes haben, der möchte in die Zukunft ziehen, der möchte was Neues, was Ausgeflipptes haben, dass sich etwas ändert und das weckt so quasi diese Sonnenenergie, das wäre die korrekte, gute Energie für den Wassermann. Die Fische, also wenn du Fisch bist und da kommt Sonne auf Sonne, dann ist das natürlich so ein bisschen so diese Abgeschiedenheit, diese Ruhe, dieses Für-Dich-Sein, dieses ein bisschen in dir ankommen, ein bisschen träumen. Also das ist jetzt nicht das große Halligalli. Deine Lebensgeister wachen eher auf im Traum, in der Abgeschiedenheit, vielleicht auch in der Meditation. Wenn du ein Widder bist und da soll die Lebensenergie, die Sonne aktiviert werden, dann geht es natürlich um Herausforderungen, um sportliche Herausforderungen. Dann geht man vielleicht gerne mal wandern oder besteigt einen Berg am Geburtstag oder powert sich sportlich irgendwie aus, nimmt womöglich bei einem Rennen teil, schaut sich da was an oder Wettkämpfe. Also das ist auf jeden Fall was, was dem Widdern gefällt oder natürlich auch wieder etwas Neues tun. Aber da geht es nicht um die neue Vision, sondern da geht es darum, ich mache jetzt schnell was neu. Wenn man da sagt, ich fahre jetzt schnell, kaufe einen neuen Kasten, stellen auf, das wäre natürlich so eine Witterenergie, so plötzlich, nicht unbedingt riesig vorgeplant, sondern ich mache das jetzt einfach oder ich schmeiße was raus, brauche ich nicht mehr. Das ist so diese Energie, wo es dem Widdern taugt. Wenn auf die Stiersonne, die Sonne, Sonne kommt, Geburtstage für die Stiere, das ist natürlich das Gemütliche, das sich gut gehen lassen in einer gemütlichen, urigen Runde, gut föllern, dass man wirklich Speisen hat, dass man es sich gut gehen lässt. Oder in der reichen, quasi auch im Saft stehenden Natur, auch das alles genießen, vielleicht im eigenen Garten, am Balkon, das wäre natürlich so ein Grillfest zum Beispiel, wäre, glaube ich, eine ganz gute Analogie für die Stiersonnen. Wenn die Zwillinge, die Energie, wo kriegen die Zwillinge die Energie hin? Das ist jetzt wieder ein Luftzeichen, da geht es um Ratschen, um Austausch, da kann man vielleicht im Kaffeehaus sitzen und sich unterhalten und mit anderen, die man vielleicht gar nicht so kennt oder so kennen will, so diese begrümmten Lokalrunden. Du sitzt im Lokalrunden und sagst, ja, ich schmeiße jetzt eine Runde, weil ich habe heute Geburtstag und du lässt dir von fremden Leuten gratulieren und da gibt es einen Informationsaustausch. Das wäre so eine Lebendigkeit, vielleicht auch für die Zwillinge. Die Krebssonnen, wie feiern die am besten Geburtstag? Natürlich alles familiär. Man geht zu Mami und zu Papi und man geht zu Omi und Opi und die sind hoffentlich alle da und die Omi macht die Torte, wie sie schon seit 180 Jahren die Torte beckt und das ist so besonders oder die Mami macht genau die Torte, die die Oma immer gemacht hat und das ist alles sehr familiär, also eher so fürsorglich familiär. Das wäre die eine Möglichkeit, oder natürlich die Krebssonnen, denen gefällt es auch, wenn sie fürsorglich sein können. Das heißt, die laden vielleicht zu einem Geburtstagsessen ein und die gehen womöglich in ein Wirtshaus oder sie kochen selber daheim, aber so im Kreise der Familie, das macht die Sonnenenergie bei den Krebsen lebendig. Der Löwe, wenn Löwe auf Löwe kommt, na dann ist Party angesagt. Dann denkt man nicht mehr am Morgen, dann trinkt man, feiert man, genießt das Leben, als gäbe es kein Morgen. Es ist alles eine reine Party, es macht Spaß, man steht im Mittelpunkt, man genießt das, also wenn die Löwensonnen strahlen und das sich alles um einen selber dreht und das ist natürlich für die Löwen etwas ganz Fantastisches. Bei der Jungfrauensonne ist es wieder ein bisschen eine andere Energie. Die Jungfrauensonne hat es gerne praktisch. Da könnte es auch schon mal sein, also die Lebensenergie, dass man sagt, okay, ich mag am Geburtstag, dass ich vielleicht irgendwo was bekomme, etwas geschenkt kriege, was ich mir so nicht kaufen würde zum Beispiel. Das wäre, denke ich, eine gute Freude für die Jungfrauen. oder auch ganz klar im Arbeitsalltag mit Kollegen einmal anstoßen. Ja, ich mache nichts Besonderes, ich stoße mit Kollegen schnell einmal an und man freut sich über die Grußkarte der Kollegen oder dass man dann den Gutschein kriegt. Aber das wäre so Jungfrauenart da zu feiern. Also das ist jetzt nicht so wie der Löwe, da alles raus und die Riesenpartys und Champagner für alle, sondern das ist eher so dieses, ja, ich habe, keine Ahnung, ich habe selber eben den Kuchen gebacken, den nehme ich mit oder ich bringe da was in die Arbeit mit und das ist eher so ein bisschen so, ja, ist nicht so wichtig der Tag für die Jungfrauen. Für die Waage, sondern wenn da die Lebensenergie draufkommt, das ist natürlich was, ja, ich möchte den Geburtstag vielleicht mit meinem Partner, mit meiner Partnerin verbringen, ich möchte das mit lieben Leuten, ich möchte da liebe Leute treffen, ich möchte im Austausch sein mit Gleichgesinnten, das ist da der Waage ganz wichtig und die wird sicher im Gegenzug jetzt zu den Fischen natürlich ganz schauen, dass da viel Soziales sich tut und nicht so für sich bleiben. Also das wäre so das Lebendige oder das wäre so der klassische Verwöhn-Spa-Tag. Du gehst in die Therme und lässt es dir gut gehen oder lässt dich mal massieren, weil heute ist dein Geburtstag und du möchtest das genießen und dann trinkst du einen Cappuccino in der Galerie und schaust dir das an und kaufst dir womöglich eine schöne Handtasche, etwas Neues oder Schuhe, belohnst dich selber, das ist so Waage-Style, also darauf fühlt sich die Waage gut, die Waagesonne. Das war also so die Geburtstagsreise, inspiriert von meinem Geburtstag Sonnenfinsternis durch den ganzen Tierkreis. Natürlich nur archetypisch bitte auf die Sternzeichen bezogen. Da sind jetzt die Häuser nicht mit einbezogen, da kann man natürlich noch genauer schauen, aber das wäre so, was die Sonne, was die Lebensenergie, was die Lebensfreude, die Lebenslust einfach einmal so sagt, wenn man so Geburtstag hat. Und wenn du Geburtstag hast, wenn deine Sonne auf der Sonne steht, dann bitte lebe das auch, lebe diese Energie auf die Art, wo du dich wohlfühlst, aber erinnere dich dran, da geht es um Kreativität, da geht es um Freude, da geht es um im Moment sein, nicht so sehr vorzuplanen, nicht so sorgenschwer zu sein, sondern einfach zu leben. Und das wünsche ich uns jetzt alle, auch in dieser spannenden astrologischen Zeit, einfach zu leben und Freude zu haben und die Stressmomente und die Frustmomente so geschickt wie möglich zu umschiffen oder zu umtauchen. Das war's von mir aus dem wunderschönen Linz. Ich wünsche dir alles Gute, dein Oliver Erini, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020